Jetzt spiele ich noch das kürzeste Abschiedslied, das es gibt, in zwei Tonarten, in A und in D. Das habe ich selbst komponiert. Der Text ist nicht von mir, aber die Melodie. In A und in D, das ist in zwei Tonarten, das ist ein sehr kompliziertes Lied. A, D. Applaus